ALF war eine Science-Fiction-Serie, die in den 80er Jahren ausgestrahlt wurde. Obwohl sie nicht die einzige Sitcom ihrer Zeit war, die Science-Fiction-Elemente integrierte, stach sie hervor, weil ihre Hauptfigur von einer lebensgroßen Puppe dargestellt wurde. Und obwohl die ALF-Puppe nicht wirklich lebensecht war, war sie detailreich genug, um das Publikum zu täuschen. Das Filmen von Szenen mit der ALF-Puppe stellte jedoch Herausforderungen dar, die über die einer typischen Sitcom hinausgingen. Als Folge davon wurden die Schauspieler müde von der Arbeit an der Show, was zu ihrem relativ frühen Ende führte. Ein bestimmter Schauspieler, Max Wright, entwickelte eine starke Abneigung gegen die Arbeit an der Serie und verließ sie schließlich, ohne sich zu verabschieden. ALF war selbst unter den exzentrischen Shows der 80er Jahre eine ungewöhnliche Fernsehserie. Das Format, einen liebenswerten Miesepeter als Hauptfigur zu haben, war zwar nicht ganz neu, aber die Tatsache, dass die Figur von einer lebensgroßen Puppe dargestellt wurde, unterschied ALF von anderen Shows. Trotz ihres Erfolgs dauerte die Serie nur vier Staffeln, was offenbar das Limit für Besetzung und Crew war. Die Herausforderungen beim Filmen mit einer Puppe beeinflussten die Produktion auf verschiedene Weise. Es waren spezielle Sets erforderlich und die technisch anspruchsvollen Szenen forderten ihren Tribut von Besetzung und Crew. Darüber hinaus war es keine leichte Aufgabe, eine Chemie mit der Puppe aufzubauen. Die Darsteller mussten erhebliche Anstrengungen unternehmen, um ihr komisches Timing und ihre Interaktion mit ALF zu perfektionieren. Während den Puppenspielern Anerkennung dafür gebührt, dass sie die Figur zum Leben erweckten, hing der Erfolg der Show stark von der Fähigkeit der Besetzung ab, überzeugend mit der Puppe zu interagieren. Mehrere Besetzungsmitglieder hatten Schwierigkeiten mit der anspruchsvollen Natur der Show, aber Max Wright, der den Familienvater spielte, mit dem ALF zusammenlebte, war am stärksten betroffen. Seine Darstellung wurde für die Chemie gelobt, die er mit seinem leblosen Co-Star geschaffen hatte. Trotz seiner besten Bemühungen erwies sich die Arbeit mit der Puppe für Max als stressig. Nicht nur musste er das Publikum während der Aufführungen an die Existenz der Puppe glauben lassen, sondern auch technische Anforderungen der Serie führten zu längeren Drehzeiten. Jede Szene mit ALF dauerte erheblich länger, um zu filmen als üblich, was eine zusätzliche Belastung für Besetzung und Crew bedeutete. Trotz zahlreicher Herausforderungen hatte Max Wright eine tiefe Wertschätzung für die Handwerkskunst, die es erforderte, die Figur ALF zum Leben zu erwecken. Seine Bewunderung erstreckte sich sowohl auf die Puppenspieler als auch auf die Puppe selbst, was erklären könnte, warum er sich so anstrengte. Jedoch wurde im Laufe der Zeit deutlich, dass Max sich an den Rand der Erschöpfung gebracht hatte. Nachdem er seine letzte Szene abgedreht hatte, verließ er abrupt das Set, ohne sich von irgendjemandem zu verabschieden. Er fuhr schnell mit seinem Auto davon und verabschiedete sich endgültig von der Show. Max' Erschöpfung von der Arbeit mit der ALF-Puppe war so überwältigend geworden, dass er nicht einmal mit irgendjemandem in Verbindung treten wollte, der mit dem Programm in Verbindung stand. Im Laufe der Zeit nahm seine leidenschaftliche Abneigung gegen die Serie jedoch ab. Und am Ende seiner Karriere hat er sich mit ALF arrangiert. Er erkannte nämlich, dass die Teilnahme an der Show ihm eine größere Berühmtheit als je zuvor eingebracht hatte. Außerdem schätzte Max die technischen Aspekte der Serie weiterhin und würdigte, wie sie den Weg für Weg weisende Programme in der Zukunft geebnet hatte. Ein weiteres Besetzungsmitglied, das die Arbeit an der Show verabscheute, war Anne Skadeen, die Schauspielerin, die Max' Ehefrau in der Serie verkörperte. Anne's Hauptbeschwerde beim Füllen war die intensive Hitze am Set aufgrund des Einsatzes umfangreicher Spezialausrüstung. Nach vier Staffeln war Anne begeistert, die Show hinter sich zu lassen. Ihrer Aussage nach dauerte jede Episode etwa 30 Stunden, um gedreht zu werden. Nach dem Ende von ALF machte Max Wright eine Pause vom Schauspiel für eine bestimmte Zeit, kehrte aber schließlich zur Kunst zurück. Er trat in einigen Filmen auf, bevor er sich zur Ruhe setzte, wobei ein bemerkenswertes Beispiel Grumpy Old Man ist. Leider verstarb Max 2019 im Alter von 75 Jahren an Krebs. Die Kinderdarsteller, die die Kinder in ALF verkörperten, hatten es im Vergleich zu ihren Bildschirmeltern etwas einfacher, mit der Puppe zu interagieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie völlig unberührt von Filmdrehen waren. Andrea Alcin, die die Tochter der Familie spielte, hatte eine besondere Herausforderung zu bewältigen. Als sie zunächst gecastet wurde, hatte sie sich körperlich noch nicht vollständig entwickelt. Im Laufe der vier Staffeln durchlief sie jedoch den natürlichen Prozess des Heranwachsens, was ihr unangenehm war. Andrea fühlte den Druck, das gleiche Aussehen wie bei ihrer Einstellung beizubehalten, obwohl sich ihr Körper natürlich veränderte. Dies führte dazu, dass sie während der Dreharbeiten eine Essstörung entwickelte. Auch nach dem Ende von ALF blieb Bulimie für Andrea bis zum Ende des Jahrtausends eine Herausforderung. Im Jahr 1997 wurde sie Mutter, was eine bedeutende Rolle dabei spielte, dass sie ihre Essstörung überwinden konnte. Nach dem Ende von ALF verfeinerte Andrea weiterhin ihre schauspielerischen Fähigkeiten in Shows wie Mad About You und The Young and The Restless. Schließlich entschied sie sich, die Unterhaltungsbranche zu verlassen und eine Karriere als Yoga-Lehrerin zu verfolgen. Andererseits genoss Ben Hertzberg, ein weiterer Kinderstarsteller der Serie, seine Zeit beim Filmen von ALF sehr. Ben Hertzberg spielte Andreas' jüngeren Bruder in ALF. Es ist oft so, dass die jüngsten Kinderdarsteller die größten Schwierigkeiten haben, aber Ben schien der einzige Hauptstar von ALF zu sein, der seine Zeit in der Sitcom wirklich genoss. Laut Ben hatte er das einzige Problem am Set mit der Hitze. Trotz einer positiven Erfahrung entschied sich Ben, kurz nach dem Ende der Show Hollywood zu verlassen. Er ist derzeit mit seinem Leben zufrieden und hat keine Lust, in die Unterhaltungsbranche zurückzukehren. Aber er hegt überwiegend positive Erinnerungen an seine Zeit bei ALF. Was die Frage betrifft, ob ALF rassistisch war, sollte beachtet werden, dass Jahre nach dem Ende der Serie Outtakes auftauchten, die zeigten, dass die Puppenspieler von ALF gelegentlich einen unangemessenen Sinn für Humor hatten. Diese Outtakes enthielten Aufnahmen, in denen die Figur rassistische Schimpfwörter benutzte und anzügliche Witze hinter den Kulissen machte, sogar vor den Kinderdarstellern. Diese Outtakes lösten Kontroversen aus und führten dazu, dass einige die Frage stellten, ob ALF als unempfindlich angesehen und aus der Geschichte entfernt werden sollte. Der Schöpfer der Serie erklärte jedoch, dass ALF Werte aus einer anderen Zeit und einem anderen Ort widerspiegelte. Nun ist es wieder soweit und Sie sind an der Reihe, Ihre Gedanken zu teilen. Was hat Sie an dieser Geschichte am meisten überrascht? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen. Und bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, diesem Video ein Like zu geben und unseren Kanal zu abonnieren, wenn Sie es noch nicht getan haben. Klicken Sie auf das Glockensymbol, um über unsere neuesten Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.